Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Frau Slykdog und das ist mein Slykvlog. Für diejenigen von euch, die noch nicht wissen, wer Frau Slykdog ist, den werde ich jetzt mal kurz auf die Sprünge helfen. Es ist wirklich eine große Ehre für mich, hier und heute den Preis in Empfang nehmen zu dürfen. Es tut mir wirklich leid, nicht persönlich anwesend sein zu können. Jedoch war es mir nicht erneut möglich, nach Hawaii zu kommen, um den goldenen Teppich in Empfang zu nehmen. Ganz besonders möchte ich bei meinem Erfolg meinen Mitarbeitern danken. Hervorzuheben ist Peter Kohlfeld. Danke Peter. Als Sohn eines Ölsardinenverkämpfers. Als Sohn einer Basar-Händlerin für Teppiche. Als Außenseiter. Ohne Freunde. Ohne Geld. Ohne Essen. Traf er auf die richtigen Leute. Mr. Charleston. Stavro. Peter Kohlfeld. Freunde fürs Leben, die ihn auf die richtige Idee brachten. So, das war jetzt genug über mich. Ich hoffe, ihr wisst nun, wer ich bin und was ich von euch will. Und in den nächsten Wochen werde ich mehr Informationen rund ums Grusel-Team und unsere Arbeit veröffentlichen. Und ich hoffe, ich werde euch wieder begrüßen können, wenn es heißt, Das ist Frau Slyke Dogs Slyke Vlog. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und denkt immer dran. Ihr könnt das auch.